Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns an, wie man herausfinden kann, ob Windows mit einem OEM- oder Retail-Produktschlüssel aktiviert wurde. Zunächst aber noch eine kurze Erklärung zu OEM und Retail. Eine Retail-Lizenz ist im Grunde die offizielle, im Handel und bei Microsoft erhältliche Windows-Version. Bei einer Retail-Lizenz, also einem Schlüssel, der eine solche Version aktiviert, hat man einfach gesprochen mehr Freiheiten. Beispielsweise lässt sich die Retail-Lizenz problemlos auf einen anderen PC übertragen, solange man das alte Gerät deaktiviert. Mit einer Retail-Lizenz hat man außerdem vollen Support von Microsoft. OEM-Lizenzen werden hingegen in der Regel auf fertigen PCs, Laptops und Tablets verwendet, also quasi alles, was man fertig kauft. Diese werden allerdings auch als sehr viel günstigere Schlüssel im Internet verkauft. Angebote gibt es haufenweise. Der Verkauf bzw. Kauf und die Verwendung von OEM-Schlüssel ist übrigens in Deutschland erlaubt. Natürlich sollte man von einer möglichst sicheren Quelle kaufen. Bei einer OEM-Lizenz leistet Microsoft normalerweise keinen Support. Kommen wir nun zu der Klärung der eigentlichen Frage. Welchen Schlüssel verwende ich auf meinem System? Um das zu prüfen, benötigen wir zunächst ein Terminal oder eine Eingabeaufforderung. Admin-Rechte sind hier nicht erforderlich. Ein solches Terminal-Fenster lässt sich sehr schnell öffnen, indem man mit der rechten Maustaste auf Start klickt und hier entsprechend Terminal auswählt. Jetzt geben wir folgenden Befehl ein. SL-MGR ist der eigentliche Befehl. Es handelt sich hierbei um ein VBS-Skript, weshalb häufig auch die Dateiendung VBS an den Befehl angehängt wird. Minus-DLI ist der Befehlszeilenschalter, der uns die nötigen Informationen anzeigt. Senden wir den Befehl ab, erscheint nach kurzer Zeit ein solches Fenster. Hier sehen wir zum einen unsere Windows-Edition, in meinem Fall Professional Edition. Unter Beschreibung sehen wir am Ende der Zeile die Art der Lizenz. Wie in meinem Fall hier zu sehen ist, handelt es sich um eine OEM-Lizenz. Außerdem wird uns hier noch ein Teil des Produktkeys angezeigt, sowie der Lizenz-Status. Auf einem Windows-System mit Retail-Lizenz sieht die Ausgabe des Befehls so aus. Und das war's. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr Lust und Zeit habt, gerne auch einen Kommentar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal! Kürzchen Kürzchen Kürzchen